Herzlich willkommen bei einem neuen Video auf Open Mind Trompete. Ja, hier länger keine Videos gemacht, aber jetzt geht's ab, Leute. Also, heute will ich darauf reagieren, wie jemand das legale DMT, NBDMT testet. Das Ganze hat gemacht der gute Max vom ehemals Hyperraum. Sein neuer Channel heißt Psychedelische Reise. Ich glaube, sein aktueller Channel wurde wieder gelöscht. Checkt es mal ab. Also hier, ich poste den Link in die Kommentare. Fahre. Abonniert dem seinen Channel Home, falls ihr euch mehr solche Sachen anschaut. Schauen wollt, das ist einer. Ein Dude, der schon sehr lange Content zu diesen Themenbereich macht. Er hat jetzt auch vor mir ein Video zu NBDMT rausgebracht. Ich habe nur ein Short bis jetzt dazu, aber mein Video dazu kommt auch noch. Ja, du hast richtig gehört. Es gibt aktuell eine legale Variante des sagenumwobenen DMT. NN-Dymethyltryptamin. Eine der stärksten psychedelischen Substanzen, die den Menschen bekannt ist. Ob NBDMT wirklich wie DMT wirkt, welche Risiken damit zusammenhängen, wie meine Erfahrung war und was ich bei meiner Recherche über 200 weitere DMT-Versionen herausgefunden habe, erfährst du in diesem Video. Ich habe das Ganze getestet, damit du es nicht tun musst. Sehr schönes Intro. An dieser Stelle möchte ich direkt auch strengstens davon abraten, irgendwelche neuen, unbekannten Substanzen zu konsumieren. NBDMT ist aktuell noch völlig unbekannt, völlig unerforscht und deswegen sollte man davon am besten die Finger lassen. Aber ich möchte durch dieses Video natürlich aufklären und habe mein Bestes gegeben, alle Informationen zu dieser neuen Substanz zusammenzutragen und einfach euch ein rundes Bild zu geben, was es mit NBDMT auf sich hat. Bevor wir uns NBDMT genauer anschauen, eine kurze Vorstellung von DMT und warum es so faszinierend ist. DMT ist ein psychedelisch wirkendes Tryptaminalkaloid. Eine psychedelische Droge. DMT ist ein Mysterium. Es wird von Menschen wahrscheinlich seit Jahrtausenden in unterschiedlichen Formen genutzt. Bekannt ist es vor allem aus dem südamerikanischen Gebräu Ayahuasca, welches dort in Zeremonien von verschiedenen indigenen Völkern verwendet wird. DMT und DMT verwandte Stoffe kommen in einer Vielzahl von Pflanzen und Tieren auf dem gesamten Planeten vor. In neuerer Zeit wurde DMT in seiner Reihenform als rauchbare psychedelische Substanz bekannt. Wegen seiner sehr kurzen Wirkdauer von nur 5 bis 15 Minuten wurde es in den USA der 60er Jahre auch als Businessman's Trip bezeichnet. Eine Erfahrung so kurz, man könnte sie quasi in der Mittagspause machen. Seit den 90ern wird DMT immer bekannter. Zum Teil dank der psychedelischen Ikone Terrence McKenna, welcher in seiner üblichen Wortgewandtheit sehr viel über die DMT-Erfahrung sprach und damit große Faszination bei vielen auslöst. Mit dem Aufkommen des Internets entstanden unzählige Internetforen und Sammelbecken für DMT-Enthusiasten, die sich über die Bedeutung und Implikationen der realitätszersetzenden DMT-Erfahrung austauschen. Seit 2006 wurde Changa, eine rauchbare Kräutermischung, welche DMT und MAO-Hammer enthält, ähnlich wie Ayahuasca, weltweit immer bekannter. Berichten zufolge wurde diese Kräutermischung in Australien erfunden und fand dann über das Boom-Festival 2006 ihren Weg in die Herzen und Hirne tausender Psychonauten. Heute ist Changa und DMT bei so ziemlich jedem Psychedelic Trans-Festival auf dem Planeten anzutreffen. Gerauch des DMT ist für seine welterschütternden, mit Worten nicht zu beschreibenden Erfahrungen bekannt. Tausende Nutzer auf der ganzen Welt berichten von ähnlichen Erfahrungen, in welchen sie andere Ebenen dieser Realität kennenlernen, mit Wesenheiten, sogenannten Entitäten kommunizieren, von Aliens obduziert werden oder mit der gesamten Existenz verschmelzen. Diese Erfahrungen sind geprägt von intensiven optischen Wahrnehmungsveränderungen, geometrische Formen, mehrdimensionale Objekte und Räume, die keinen Bezug zu unserer bekannten Realität haben und vieles mehr, wofür es noch keine Worte gibt. Wenn du dich für DMT und die mysteriösen Wesenheiten, die damit in Verbindung stehen, interessierst, kann ich dir übrigens sehr das ganz neu erschienene Buch von Ismail Wetzki an Herz legen. DMT-Begegnungen. Psychedelische Realitäten und multidimensionale Wesen. Hier eine spannende Info, die ich im Buch entdeckt habe. Um mehr über das Wesen der Entitäten herauszufinden, führten David Windham Lawrence und sein Team eine qualitative Analyse aller DMT-Erfahrungen durch, die in der DMT-Reddit-Community über einen Zeitraum von 10 Jahren gepostet wurden. Insgesamt wurden 3.778 Erfahrungen aus 3.305 Beiträgen in diese Studie aufgenommen. 95% der Psychonauten gaben dabei an, mit Entitäten in Kontakt gekommen zu sein und dass sie diese Wesenheiten für bewusst und intelligent hielten. 80% gaben an, dass diese Erfahrungen ihre Wahrnehmung der Realität grundlegend verändert haben. Den Link zum Buch findest du unter diesem Video. Warum wusstest du, dass in dem Moment, wo wir geboren werden und wo wir sterben, DMT in unserem Gehirn ausgeschüttet wird und jede Nacht, wenn wir träumen auch, wie krass ist das denn, ey, dieses Bewusstseinsmolekül, Alter. Ich glaube, er geht jetzt danach, weil er sagt, ja, random Hitty at a random Psy-Festival, ja, stimmt. Ich glaube, teilweise ist das gar nicht so belegt, wie das manche so darstellen. Und ich habe hier das beste Changa, was du je gesehen hast, Alter. Das wurde von Terrence McKennas Tochter hierher geschmuggelt und der Changa-Blend ist der originale Blend von Julian Palmer. Ohne Scheiß, das ist das beste Changa, was du jemals in die Finger kriegen wirst. Ich habe bereits Vorerfahrungen mit DMT in ganz unterschiedlichen Dosisbereichen, von Mikrodosis hin zu Minidosis und auch stärkeren Dosierungen von DMT und Changa. Und ja, diese Substanz hat mein Leben auf jeden Fall absolut bereichert, würde ich sagen, und hat mir sehr, sehr intensive, welterschütternde Erfahrungen letztendlich beschert, die meine Weltsicht und meine Spiritualität sehr stark geprägt haben. Und deswegen würde ich sagen, habe ich die... Der glaubt mehr Ahnung von Drogen als über den Rundfunk, ja, das sowieso. ... Grundvoraussetzung, um dieses neue NB-DMT irgendwie einordnen zu können und die Effekte auch vergleichen zu können mit dem klassischen DMT und ob das Ganze denn jetzt wirklich als legales DMT bezeichnet werden kann. Um mehr darüber herauszufinden, habe ich mit zwei Experten und dem angeblichen Hersteller von NB-DMT gesprochen. Deswegen habe ich immer schon so gedacht, naja, es gibt doch diese legalen LSD-Derivate, warum gibt es sowas eigentlich nicht mit Tryptaminen, warum gibt es nicht irgendwelche legalen Tryptamine, warum gibt es kein legales DMT? Habe ich mir schon immer irgendwie gedacht, dass es spannend wäre. Und dann auf einmal habe ich das da entdeckt und habe dann natürlich sofort gegoogelt und versucht zu recherchieren NB-DMT. Das war zu dem Zeitpunkt auch, oder ist ja auch immer noch, sehr, sehr neu. Man findet super wenig Erfahrungsberichte. Es gibt auf Reddit ein paar Posts von Menschen, die das irgendwie probiert haben. Und dann war es halt so, ich habe das in diesem einen Shop entdeckt, der, sage ich mal, eher unbekannt ist und auch sehr obskure, auch sehr gefährliche Substanzen verkauft. Die verkaufen da auch ganz schlimme Research. Opioide und... Also von dem, was ich weiß, NB-DMT ist etwas weniger effizient als das normale DMT. Also man müsste da sehr viel mehr nehmen für die gleiche Wirkung. Das ist einer der Nachteile. Aber es ist relativ leicht, da so eine Art Base draus zu machen. Aber das wäre, ist theoretisch illegal. Aber theoretisch wäre es ultra leichter, sozusagen das effizienter zu machen. Aber es müsste auch theoretisch ein bisschen reizvoller für die Lungen sein. Also jetzt auch wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie schädlicher als irgendwie, wenn man Tabak konsumt, wenn man eine Zigarette raucht oder so. Aber wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen reizvoller für die Lungen jetzt als zum Beispiel normales DMT. Seltsamerkeit. Wobei man natürlich auch vergleichen muss, quasi das NB-DMT, das ist natürlich hergestellt von einer legalen Fabrik. Da kannst du davon ausgehen, dass es rein ist. Und das wird ja dann in der Regel verglichen mit einem illegalen DMT. Und illegales DMT ist relativ leicht, aus gewissen Pflanzen zu extrahieren. Und dann ist es häufig so, dass man das illegale DMT von irgendwelchen Laien kauft. Und bei der Herstellung von DMT werden irgendwie häufig Sachen wie Wundbenzin oder sowas verwendet. Das wird dann häufig nicht so gut verdampft oder irgendwie so halt, dass da noch Rückstände drin bleiben. Und das heißt, was ist dann schädlicher NB-DMT oder normales DMT mit Rückständen? Man weiß es nicht. Als ich das da entdeckt habe, bin ich noch nicht davon ausgegangen, dass das jetzt irgendwie direkt groß populärer wird. Und dann war es jetzt aber so in den vergangenen drei Wochen, dass ich das plötzlich bei noch zwei anderen Shops entdeckt habe, die auch relativ bekannt sind. Einer der Shops wird auch betrieben von einem der größten deutschen Drogen-YouTuber. NB-DMT. Es gibt jetzt seit kurzem eine legale Version der Droge DMT, das Halluzinogen, das geraucht nur zehn Minuten wird. DMT, Dementhyltryptamin? Nee, 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 nee. Und somit habe ich dann einfach bemerkt, hey, okay, das wird jetzt schon irgendwie populärer. Und Leute haben daran Interesse. Und deswegen ist es mir da jetzt auch ein großes Anliegen, einfach mal mit einem Experten, was Toxikologie angeht, irgendwie über diesen Stoff zu sprechen. Und vielleicht irgendwie ein bisschen da ranzukommen, was da so eine Gefahreneinschätzung zu so einem rauchbaren Research Chemical ist. Ja, also es handelt sich da um das sogenannte NBOK-DMT. Genau, das wurde mir auch gesagt von einem Dude, dass NBOK, also der Typ, der sozusagen das hauptsächlich für Deutschland herstellt oder herstellen lässt, ich glaube, das wird gar nicht in Deutschland hergestellt, das wird, glaube ich, in China hergestellt und wird von einem Dude importiert, glaube ich, oder so. Und der macht es dann für alle oder so. Und davon haben das dann alle Shops und so. Und jedenfalls, der hat das NB-DMT genannt, deswegen nennen das die meisten so. Aber NBOK-DMT ist eigentlich so ein richtigerer chemischer Name. Und witzigerweise, es ist genau dieselbe Art von Linker wie bei den 1X-LSD-Derivaten. Das heißt, es ist auch an diesem Stickstoff von dem Indolring ist quasi eine Gruppe dran, die NBOK-Gruppe. Und das ist auch wieder ein ganz typisches Substitut. Was man auch, ich sag mal, im Drug-Design, also wenn man Medikamente entwickelt, findet. NB-DMT ist eine sogenannte Forschungschemikalie, die durch ihre leicht veränderte Struktur das Gesetz umgeht. So wie man es zum Beispiel auch von 1T-LSD kennt. Das bedeutet, NB-DMT ist aktuell weder im Betreuungsmittelgesetz noch im neue psychoaktive Stoffe-Gesetz aufgeführt und somit legal, wenn es nicht für den menschlichen Konsum bestimmt verkauft wird. Genau. Die Idee dahinter ist wohl, dass dieselbe Spaltung, die beim LSD in unserem Körper passiert, hydrolytische Spaltung über relativ ubiquitäre Enzyme normalerweise, eine ähnliche Spaltung würde auch thermisch passieren. Das ist so die Hypothese dahinter. Das heißt, in dem Moment, wo man es quasi erhitzt, spaltet sich quasi diese Gruppe ab und dann verdampft quasi das DMT. Und man inhaliert quasi das DMT selbst. Das ist im Prinzip die Hypothese. Die Frage ist halt, wie viel von dem anderen Stoff mitkommt, weil er halt auch, ich sag mal, einen gewissen Dampfdruck hat. Und die andere Frage ist auch, wie viel von, ich sag mal, diesen Gegen-Ionen mitkommt, also diesem Salz. Genau, mit dem Salz. Das ist halt eben das Ding, wo halt viele skeptisch sind, wo die sagen halt, ja, okay, wenn das Salz, wenn da viel von dem Salz mitkommt, dann wird das schon nicht so gut für die Lunge. Wäre thermodynamisch vorherzusagen. Deshalb, also die Theorie dahinter ergibt Sinn, ob man aber vorher, ich sag mal, so einen Freebasing-Prozess machen müsste. Die Frage stellt sich, ja. Freebasing, genau. Das ist relativ leicht zu machen, theoretisch. Also, dass man, dass du dann so eine Art DMT-Freebase herstellst, dass es noch effizienter zum Verrauchen ist, zum Verdampfen ist. Ich sag auf keinen Fall, wie das hier geht, liebes YouTube-Team. Nehmt dies wieder nicht runter. Aber, ja, gesagt haben als Aufklärung. Von Mariensäure auch nicht so gut, wenn man die inhaliert. Vielleicht ist die auch ein bisschen zu reizend. Das kann auch sein. Das ist ein bisschen schwierig zu beurteilen. Und das andere ist natürlich auch, wie sauber riecht das Molekül selbst. Also, wir wollen ja immer noch diese N-Bock-Gruppe wegbekommen von dem DMT, während die mal hitzen. Und vielleicht funktioniert das nicht vollständig. Vielleicht entstehen aber auch irgendwelche, auch Pyrolyse-Produkte. Deswegen, also solche Fragen sind auf jeden Fall offen. Ob die gesundheitlich so relevant sind für Leute, die einmal im Monat ein bisschen DMT-Vapen wollen, stellt sich die Frage. Also, ich muss sagen, in dem klinischen Setting für die Wissenschaft, ich würde es wahrscheinlich machen. Aber das heißt jetzt nicht, dass es ungefährlich ist oder nicht zusätzliche Risiken birgt, als im Vergleich zu DMT-Vapen, die vielleicht noch nicht bekannt sind. Wenn du Lust hast, das Gespräch mit Dr. Fabian Peter Steinmetz in voller Länge zu hören, dann check unbedingt psychedelische-reise.de und melde dich für den Newsletter an, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, was alle psychedelische Reise-Inhalte angeht. Demnächst geht zum Beispiel der Psychedelische Reise-Podcast an den Start. Psychedelische Reise lebt von euch und eurer Unterstützung. Deshalb überleg doch mal, ob du ein Teil der Reise werden möchtest durch eine monatliche oder einmalige Spende. Alle Links findest du in der Videobeschreibung. Tja, und was während meiner Recherche immer wieder für Unklarheit sorgte, war, ob denn nun NBDMT-Oxalat oder NBDMT-Fumarat auf dem Markt ist oder sogar beide Formen. Ich habe beides bei unterschiedlichen Shops gefunden. Um das und weitere Unklarheiten aus dem Weg zu räumen, habe ich mal beim Hersteller angerufen. ...der NBDMT anbietet. Ich vermute aufgrund meiner Recherchen, dass das der Anbieter ist, von dem auch alle anderen Anbieter aktuell das NBDMT beziehen, also der Großhändler. Und ich rufe jetzt einfach mal da an und stelle ihm ein paar Fragen zu dem legalen DMT. Hallo, hier ist die Mobilbox von... Hallo. 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 Guten Tag, hallo, wie ist mein Name? Servus. Ich habe jetzt schon ein paar Mal versucht anzurufen. Ich habe nämlich so ein paar Fragen zu eurem NBDMT. Also soweit ich das gerade erkennen kann, seid ihr ja aktuell irgendwie der einzige Anbieter von NBDMT in Deutschland. Das heißt, ihr stellt das selber her. Und jetzt habe ich eine Frage und zwar... Ich glaube, dass sie das aus China importieren, um ehrlich zu sein. ...habe ich nämlich im Internet immer wieder entdeckt, es gibt Oxalat und es gibt Fumarat. Und ich habe jetzt von einem anderen Shop, der quasi das Oxalat anbietet, das Oxalat, aber ich vermute, dass dieser Shop das eventuell wahrscheinlich von euch hat. Das wurde mir jetzt auch gesagt, aber ich habe jetzt quasi bei diesem Shop nochmal genauer nämlich danach gefragt, Fumarat oder Oxalat? Und die meinten, die haben das nochmal ins Labor gegeben und da kamen wieder, die haben explizit dafür getestet und da kamen wieder dabei raus, dass es sich um Oxalat handelt. Ah ja, schon das ist der Beweis. Die sagen, sie stellen es selbst her, aber die importieren das auch aus China und wussten wahrscheinlich nicht, dass es Oxalat dann ist oder so. Ich weiß gar nicht, ob das einen Unterschied macht, aber dafür kenne ich mich... Nach unserem Gespräch kam dann diese Nachricht. Ich kann an dieser Stelle einfach nur empfehlen, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, wo die Substanzen herkommen, die man konsumiert. Im Falle von Forschungschemikalien kann man natürlich darüber nachdenken, ob man sein legales DMT von einem Hersteller haben möchte, welcher auch sehr gefährliche Opioide verkauft. Die Unklarheit bezüglich der eigenen Produkte und ob es sich um Fumarat oder Oxalat handelt, ist in meinen Augen auch fragwürdig. Nochmal ganz deutlich, jegliches NB-DMT auf dem Markt aktuell ist laut meiner Recherche Oxalat. Sau, Respekt hier an Max, dass der hier irgendwie so coole Recherchen betrieben hat. Und ich habe gar keine Ahnung von Chemie. Deswegen fragen wir jetzt mal den Pharmakologen. Ich möchte euch jetzt die chemischen Details ersparen. Ich durchblicke es selbst noch nicht wirklich. Aber nur kurz. Der Experte, mit dem ich hier gesprochen habe, hat mir die Gefahren der Oxalatform und möglicher Oxalsäure bei oraler Aufnahme erklärt. Diese kann zu Nierenstein führen. Ein Grund, warum man nicht zu viel Rhabarbe essen sollte. Dieser enthält nämlich relativ viel Oxalsäure. Seine Theorie ist, dass beim Verbrennen die Oxalatform sogar zur Wirksamkeit von NB-DMT beiträgt. Denn bei Verbrennung wird Säure frei, welche dann in Kombination mit der Hitze zu noch besserer Abspaltung der Bockschutzgruppe führen könnte. In der Chemie ist die Zugabe von Säure der typische Weg, um die Bockschutzgruppe abzuspalten. Er geht davon aus, dass durch die Verbrennung kein Oxalat oder Oxalsäure in der Lunge landet und die Gefahr daher nicht wirklich höher ist als bei normalem DMT. Aber nicht vergessen, das ist alles nur Theorie und die tatsächliche Schädlichkeit von NB-DMT ist aktuell ungeklärt. Der Experte hat aber noch sehr spannende Dinge zu NB-DMT herausgefunden. Und zwar, dass es ein US-amerikanisches Biotechnologieunternehmen gibt, welches in den USA ein Patent auf NB-DMT und hunderte weitere Variationen von DMT hat. Dieses Patent läuft unter dem Namen Oralaktive Formen von DMT, 5-MeO-DMT und langwirksamem MDMA zur Behandlung neuropsychiatrischer Erkrankungen. Das Unternehmen forscht mit Hilfe von KI an neuen Psychedelika für therapeutische Zwecke. Unter anderem versuchen sie, psychedelische Substanzen zu entwickeln, welche keinen Trip auslösen. Therapeutisches Potenzial von Psychedelika ohne die psychedelische Erfahrung? Was haltet ihr davon? Über oralaktive Formen von DMT schreibt das Unternehmen, Terrans einzigartige Pro-Drugs sind neuartige Verbindungen, die als orale Einzeldosis verabreicht werden sollen, den First-Pass-Metabolismus und den anschließenden Abbau vermeiden, um große Mengen des ursprünglich aktiven Moleküls im Gehirn freizusetzen. Aufgrund dieser neuen Daten aus Tiermodellen geht Terran davon aus, dass diese Pro-Drugs die ersten bekannten Beispiele für oralaktive Formen von DMT und 5-MeO-DMT darstellen könnten. Ein oralwirksames DMT klingt für mich auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe durch meine Recherche erneut realisiert, wie viele Substanzen es eigentlich gibt, die noch entdeckt werden wollen. Hey, aber probiert das dann auch oral oder habe ich das richtig verstanden, dass es um DMT geht, was da eine Wirkung hat, aber keine psychoaktive Wirkung, aber trotzdem irgendwie positive Effekte von der Droge? So, ich werde jetzt das legale DMT testen und ich merke auf jeden Fall, ich bin genauso aufgeregt wie bei dem klassischen DMT. Mal gucken, ob das ein gutes Zeichen ist. Der erste Schritt für mich bei diesem Experiment wird jetzt sein, eine kleine Menge vom NB-DMT einfach verdampfen zu lassen und mal zu riechen, wie das denn riecht und ja, also mich würde einfach interessieren, ob wenn das so verdampft direkt schon ein DMT-Geruch entsteht. Ja, also man riecht das, ich habe das ja auch, das legale DMT und das riecht schon, allein das Ding riecht schon. Ich weiß nicht, ob ich es hier, weil es ja legal ist, ich könnte es hier theoretisch im Stream zeigen, ich weiß nicht, ob ich es machen soll. Ich weiß nicht, ob es gegen TOS verstößt. Das ist jetzt so der erste Teil dieses Experiments. Ich riskiere es mal erstmal nicht. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Jo. Ist ja nur weißes Pulversalz, oder? Du darfst alles zeigen, was im Land liegt. Okay, nee, ich zeige es vielleicht in dem Video oder so. Eindeutiger DMT-Beruch. Ja. Dein Gesicht verschießt gegen die TOS. Ja, das auch. Ich bin gespannt, ob er deutlich mehr hüsten muss als bei normalen DMT, weil ich denke, da sollte man dann schon erkennen können, ob das dann wirklich deutlich reizvoller ist für die Lunge. Das ist ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Los geht's. Das Leben, Leute. Das ist einfach. krass, er hat nur 25 Milligramm genommen, weil man braucht theoretisch 50 Milligramm beim normalen DMT für einen Durchbruch. Und das ist theoretisch, wie gesagt, weil es keine Base ist, weniger effizient. Das ist einfach so krass abgefahren. Wie so ein energetischer Blob, der sich so verformt hat. Gegenseitig alles in dieser Existenz sozusagen ineinander. 25 Milligramm, aber okay, aber er hat, okay, das heißt insgesamt 50. Das heißt, er hat einmal und dann direkt hintereinander. Ich habe irgendwie gedacht, vielleicht hat er gewartet, Wirkung, aber ja, nee, so macht es schon mehr Sinn. Hinein projiziert. Das war auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung für mich jetzt gerade. Aber halt nicht nur schön, sondern auch herausfordernd. Also ich musste schon auch ein bisschen, hatte ich wieder mit dem Loslassen zu tun. Ich bin ja in Kontakt mit Max und er hat ja den Konsum nicht gezeigt. Ich mache das ja auch. Und ich würde schon interessieren, ob man da irgendwie mehr hustet oder so. Ich bin entspannt, weil es geht halt so schnell. Es geht halt einfach so schnell. Aber ich kann das jetzt immer, also ich kann das gar nicht mehr greifen, was ich eigentlich gesehen habe. Dass man das erleben kann. Wunderschön und faszinierend. Ich habe selbst, ich habe vor, tatsächlich erst diese Woche selbst auch zu testen. Auch verängstigend. Also man muss schon loslassen. Sonst ist das nicht so angenehm. Aber dieses Loslassen ist halt die Reise und der Prozess, der einem halt so viel zeigen kann über einen selbst. Ich werde es nicht mit Durchbruch machen, denke ich mal. Dafür bin ich noch eine zu große Pussy. Diese Angst. Diese Angst, sich komplett hinzugeben und halt loszulassen. Angst vorm Tod auch. Angst zu sterben. Eigentlich Dinge, die dauerhaft präsent sind für mich, aber die so im Alltag nicht so viel Raum finden. Und dann, was ich da gesehen habe, war halt ja... Also das Spannende ist halt, es war jetzt kein Breakthrough, aber beim zweiten Inhalieren ging es schon sehr stark in die Richtung. Und wenn das alles sich auf einmal auflöst und das alles in so einem kosmischen zergeht, das lässt einen einfach so anders auf diese Existenz hier blicken und lässt einen einfach so anders auf das eigene Leben, das Menschsein blicken. Das ist noch gar nicht lange her, also die Effekte sind jetzt gerade quasi schon fast wieder weg. Es hat sich eindeutig 100% wie DMT angefühlt, also kann da nichts, keinen Unterschied nennen. Es hat gut funktioniert jetzt scheinbar mit dem Rauchen und war eins zu eins eine DMT-Erfahrung für mich. DMT ist wirklich ein Geschenk. Es ist echt ein Wunder für mich, also es ist einfach verrückt, dass das so wenige Menschen diese Erfahrung machen und wie krass das einfach nur ist. Weil es ist halt einfach nur jetzt, Leute. Es ist einfach nur jetzt. Und dann verbringen wir so viel Zeit mit irgendwie irgendeiner Scheiße und irgendwelchen abgefuckten Gedanken und Selbstzweifeln und Arbeit und so viel Zeitverschwendung. Wofür? Es ist einfach nur jetzt, Leute. Und jetzt ist halt Liebe und wir wissen nicht, wann das hier vorbei ist. Ich muss das jetzt erst mal sacken lassen, diese Erfahrung. Kurz gesagt, NB DMT wirkt in meinen Augen ganz genauso wie DMT. Ist ja auch irgendwie logisch und es hat gut funktioniert. Ich kann nicht sagen, inwiefern das jetzt unangenehmer war zu rauchen. Ah ja, darauf habe ich die ganze Zeit gewartet. NB DMT pur geraucht. Ob das angenehmer für die Lunge gewesen wäre? Muss ich nochmal vergleichen. Ja, kommen wir nun zu meinem persönlichen Fazit, was das legale NB DMT angeht. Nach allem, was ich so erfahren habe in meiner Recherche über dieses Molekül, nach meinen Gesprächen mit den Experten und mit den Herstellern von NB DMT und natürlich nach meiner persönlichen Erfahrung mit diesem Molekül, bin ich zum Schluss gekommen, dass ich glaube, dass die tatsächliche Toxizität und Gefahr dieses Moleküls für unsere Lunge und für unseren Körper wahrscheinlich nicht nennenswert höher ist als beim Rauchen von klassischen DMT oder beim Rauchen von vielen weiteren psychoaktiven Substanzen. Wir müssen bedenken, dass natürlich das Rauchen, das Verbrennen und Inhalieren von Stoffen immer mit Gefahren zusammenhängt. Das ist immer ungesund, irgendwelche Stoffe zu rauchen. Ich glaube, die größte Gefahr, die mit dem NB DMT zusammenhängt, ist vielmehr die Intensität der DMT-Erfahrung. Ich persönlich habe für mich festgestellt, NB DMT wirkt exakt genauso wie das klassische DMT. Es wird höchstwahrscheinlich durch die Verbrennung einfach in klassisches DMT umgewandelt und deswegen ist es auch logisch, dass es genauso wirkt. Natürlich muss man sagen, dass es leicht weniger potent ist. Bei meiner Erfahrung mit zweimal Rauchen von 25 Milligramm kann ich jetzt nicht 100% sagen, wie viel weniger potent es ist. Da bin ich gespannt, was noch andere Erfahrungsberichte sagen. Aber insgesamt ist es einfach ganz klar die DMT-Erfahrung und deswegen ist in meinen Augen auch das allergrößte Risiko die psychische Intensität dieser Erfahrung und wie krass welterschütternd doch die DMT-Erfahrung sein kann. Und dass es für manche Menschen wirklich einfach eine Erfahrung ist, die sie so krass aus den Socken haut, dass sie im Nachhinein sehr schwer damit umgehen können. Deswegen ist mein persönlicher Appell an euch alle, seid vorsichtig, geht immer vorsichtig mit Psychedelika um, achtet auf euer Set und Setting, beschäftigt euch intensiv mit den Substanzen, die ihr konsumiert und vor allem auch mit der Integration von Substanzen. Gerade bei DMT ist es so, dass früher die Substanz ja nicht so leicht erreichbar war für viele Menschen. DMT war etwas, wo man einfach nicht so leicht die Finger dran bekommen hat. Man musste entweder sich selber ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen, um das Ganze extrahieren zu können oder die richtigen Leute kennen, die sich dann hoffentlich auch schon damit auskennen und einem dann vielleicht auch wertvolle Tipps mit auf den Weg gegeben haben. Also es war etwas, ja, wo früher auch, ich erinnere mich noch, die Leute gesagt haben, ja, DMT kommt zu dir, wenn du den Ruf spürst, wenn es zu dir kommen soll, dann kommt es in dein Leben. Und so war es bei mir auch und bei vielen Leuten, die ich kannte, dass man einfach darauf vertraut hat, dass DMT sozusagen zu einem kommt, wenn man die Erfahrung machen soll. Und da sehe ich eben jetzt die Gefahr dadurch. Meinst du, das wird jetzt so schnell wie möglich illegal? Nee, nee, das braucht, also nee, nee, ich glaube, das braucht endlange, bis das auf dem Rad. Ich meine, das ist noch nicht mal 1T-LSD verboten. Dass es so einfach in Online-Shops legal zugänglich ist für Menschen, dass manche eventuell durch die Legalität das Ganze auch unterschätzen, nicht so respektvoll damit umgehen. Und das ist, glaube ich, das größte Gefahrenpotenzial bei NBDMT. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt noch ein paar Zeilen vorlesen aus dem zuvor schon erwähnten Buch von Ismael Wetzki, Qualitäten und multidimensionale Wesen. Wie gesagt, an dieser Stelle noch eine ganz klare Empfehlung. Nehmt diese Sache ernst. Nehmt die Substanzen ernst. Eine Testleserin gab mir das Feedback, dass man aufgrund dieses Buches das Bedürfnis entwickler, diese Erfahrung selbst machen zu wollen. Das gab mir zu denken. Denn gerade DMT ist nichts, was man mal so nebenbei konsumieren sollte. Im Gegenteil, es ist eine heilige Substanz, die bei unsachgemäsem Gebrauch großen Schaden anrichten kann. Bitte informiert euch ausgiebig darüber, was ihr dazu euch nehmt, welche Auswirkungen es gibt, welche Eigenschaften diese Substanz aufweist und sucht Kontakt zu erfahrenen Psychonauten, die euch bei euren Reisen unterstützen. Man könnte ein ganzes Buch füllen mit Beschreibungen von schiefgegangenen Reisen, weil die Leute nicht genügend vorbereitet waren. Habt Respekt vor der Medizin, habt Respekt vor dem, was euch da gezeigt werden will. Ja, das kann ich auf jeden Fall nur so unterschreiben. Ich hoffe, ihr konntet einiges aus diesem Video mitnehmen und könnt jetzt eure eigene verantwortungsbewusste Entscheidung bezüglich NBDMT oder EMT oder was auch immer für Psychedelika treffen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich mega darüber freuen, wenn ihr ein Like da lasst, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr einen Kommentar da lasst meinen Projekten unterstützt. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Bis bald. Macht's gut. Bleibt bewusst. Jo, also wirklich sehr, sehr geiles Ding von Psychedelische Reise. 1010 Abonnenten. Lass mal das auf, direkt auf 2000 Abonnenten pushen. Nee, okay, im Stream wird das wahrscheinlich nicht klappen, aber vielleicht mit den Leuten, die das Video anschauen. Ja, ich werde auf jeden Fall auch noch ein Video dazu machen und dann noch so ein paar, vielleicht noch ein paar Sachen beleuchten, die da erst nicht beleuchtet werden oder so. Abonniert oben mein Tropete. Bis zum nächsten Video. Peace. 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 Vielen Dank.